Willkommen zurück beim Tech-It-Let's-Play mit dem Fib6D und mir, dem Stryopay. Ja, hallo. 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 So, letzte Folge hatte ich angekündigt. Ich will diese Folge mindestens einen Copperstone-Generator bauen, aber vorher müssen wir endlich mal unseren Sentry-Fug-Extractor bauen. Können wir aber natürlich nicht, weil wir keine Electrolyzed-Water-Cell haben. Ich bin müde. Das glaube ich dir gerne. Ja, das ist schlimm. Na gut, egal. Ich würde sagen, das ist auch die letzte Aufnahme-Ding ist für heute, oder? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Haben wir eigentlich einen Bogen hier irgendwo? Ähm, nee. Na, dann mach ich mal einen. Was ist eigentlich mit dem Computer hier? Den hast du gebaut? Ach, der hat noch nichts so richtig. Der hat noch keine richtige Verwendung. Können ja mal... Können ja eigentlich mal, ne? Ähm... Läufernenz. Bricks, 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 Bricks. Ach, da wollte ich Bricks holen, genau. Wollte ich auch noch machen. Ich weiß auch schon genau, welche sind. Ach, lass uns erst mal schlafen, bitte. Ähm, Augenblick. Ja, kann ich jetzt... Hits the ground too hard. Oh man. Man sieht jetzt die Server... Man sieht jetzt die Serveradresse. Ja? Ja, aber ich hab eine Wildlist an. Wollen wir nicht. Doch, Ryze Minimap. Wenn die lädt, zeigt die Serveradresse. Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ist doch nicht verraten. Ja. Naja, man könnte sich aber denken, man könnte sich aber denken, wo es läuft, ne? Also... Ja, stimmt, stimmt. Ich mein, die Seite läuft ja auch aus realpay.de und ja... Wo man sich mal ein bisschen überlegt. Fuck, ich hab gar kein R damit genommen. Ich wollte eigentlich... Na komm, das mach ich jetzt mal. Ähm, Bogen? Bogen? Ja, mach ich jetzt gerade. Bogen, Bogen, sei es gewogen. Warum ich das jetzt gesagt hab? Keine Ahnung. Weil du mir bist. Auch. Aber das kann ja nicht für alles der Grund sein. Moment, nehm ich's an. Hier hast du mal ein bisschen... Da kannst du mal was draus machen, wenn du willst. Ich hab dir da in die Crafting-Box mal was reingetan. Ja. Besen, Besen, sei es gewesen. Kennst du das? Ähm, nö. Solltest du kennen. Ja? Ja. Das kann gut sein, aber... Du solltest... Das... Doch, eigentlich schon. Warte mal, ich... Boah, hast du ein schönes Haar. Hui. Ich seh's gar nicht. Was? Du hast gar keine Rüstung an. Oh, 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 oh. Denk dran, ich hab die hier. Ich hab ne Armbrust. Ich weiß gar nicht, was mehr Schaden macht. In die Augen. Nein. Nein, natürlich nicht. So bin ich nicht. Nein. Ich glaub, ich geh mal raus und teste diese aus. Also, so frei bin ich mal. So frei bin ich mal. Weil wir nicht genügend Federn für die Munition hatten. Ich kenn ne Gunbonnets, ja. Äh, schade. Warum? Warum ist das so? Erklär mir das. Zu wenig Chicks. Einleitig. Chicks. Chicks. Wo sind die Chicks? Bist du aufgegangen? Stimmt. Aber nicht... Aber nicht meine Chicks. Also, das war nur dein oder so. Aber meine sind noch hier. Äh... Keine Ahnung. Ja. Genau. Vergiss einfach, was ich gesagt hab. Das war, äh... Ein bisschen verwirrend, aber... So ein bisschen für mich. Forget what I say. Und du hast jetzt was für mich hingetan? Wie bitte? Du hast irgendwas für mich hingetan, hast du gesagt. Ich hab dir da in die Craftingbox, da kannst du viele verschiedene Erze reingetan. Wenn du die mal brennen willst, das könntest du ruhig mal machen. Achso. Ja, dann könnte ich die anderen auch mal hier aus der Kiste nehmen. Kohle kannst du dir da an dem dämlichen Tisch machen. Ich mein natürlich an dem wunderschönen Tisch. So, gibt's hier noch mehr davon? Ähm... Mal gucken. Reicht ja auch erstmal. Ich glaube ich wandle jetzt erstmal ein bisschen was in Kohle um. Das Lied ist auch schön. Ich glaube jetzt geht mein Handy... Nein doch nicht. Äh... Dieser Tisch hier... Ach Kohle geht gar nicht. Doch. An wann kann man denn... Kohle muss doch gehen, hä? Ja, das freu ich mich grad auch. Egal. Egal. Hol ich mir einen daraus. Wow. Ähm... Transmutation Tablet. Ich glaube ich baue nochmal eins. Das kannst du gerne machen. Dafür brauchen wir aber nochmal Obsidian. Das? Also wieder da runter. Wir könnten dann auch mal... Weißt du was wir auch machen können? Wir machen... Wir legen hier mal ne Schiene runter. Das wollten wir schon mal machen. Damit wir das runterlaufen und so ein bisschen angenehmer ist. Beziehungsweise auch das Hochlaufen. Können ja auch... Und dann verlieren wir kein Essen oder so. Nee. Da sind Schienen besser finde ich. Machen wir einfach... Mit ein bisschen ähm... Mit ein paar Dingens. Mit ein paar... Äh... Redstone Schienen und so. Machen wir da ne Schrecke hin und dann passt das. Wenn du was sagst. Dann können wir da gut ähm... Langfahren. Dann brauchen wir nicht immer da hoch und runter. Weil wenn wir da unten... Das... Äh... Unser... Äh... Wenn wir das dann haben. Dann... Witz doch auch nicht jedes mal hinterlaufen. Ja. So ist es. So schaut's aus. So schaut's aus. Kann natürlich auch sein, dass das Transmitation Tablet voll ist. Das weiß ich nicht. Die voll werden können. Ach ich bau zur Not mal ein zweites. Voll? Naja voll. Sicher? Mhm. Ich hab eben noch Eisen rausgekriegt. Naja rauskriegen ist ja gut, aber... Ich mein ja das... Dass es dann voll ist und keine Items mehr aufnehmen können. Also lernen können. Also ne... Cuppelstone hab ich auch noch. Naja Cuppelstone hat's ja auch schon gelernt. Achso. Es geht ums Lernen dabei. Oh ganz im Ernst, ich mach gleich mal die Strecke hierher. Ey das... das kotzt mich ein bisschen an. Klingt nach nem Plan. Gibt's hier Hühnchen? Ne aber Äpfel. One shot kill. Hat die äh... Armpost. Cool. Bei... bei... bei Schweinen auf jeden Fall. Mhm. Huch. Immer diese Schweine. Immer diese Schweine. So. Machen wir die mal... Weg? Können wir die weg machen? Ja. Ich geh mal zum Vulkan. Wir brauchen doch nochmal was. Ich will nicht immer die Spitzhacke hier benutzen. Ich muss mal die andere hier benutzen, die... Die am Mann Spitzhacke brauchen wir noch. Mh... Du kannst doch aus Emeralds die Spitzhacke und so nehmen. Okay. Ja die... ich sag die die am Mann Spitzhacke brauchen wir für das Turtle. Die Turtle braucht eine die am Mann Spitzhacke. Okay. Okay. Ist aber dann auch dementsprechend effektiv. Die gräbt uns echt alles aus dem Boden. Ich hab nur leider noch kein äh Strip Mining Programm äh... gefunden. Also gefunden schon aber... Ich weiß nicht wie man's auf dem Server kopiert. Ich hab keine Ahnung. Okay. Nehmen wir mal gleich mal ein bisschen mehr mit. Ja Mensch äh... Was machst du da? Ja. Ups hat uns verlassen. Abwesend. Achso. Achso. Ja. Ganz schnell so eben in der Aufnahme. Ganz schnell. Ich war eigentlich nur so ein paar Sekunden. Ja. Hast du grad Schaden oder so? Nö. Wieso? Also ich hab einen Schaden aber dauerhaft. Au. Wie viel hat's abgezogen? Alter. Ich hab nur noch zwei Herzen. Na das ist die... Na das ist die... Ja. Hm. Supi. Schon. Wo bist du denn gestorben? Ja wenigstens hab ich wieder full HP. Wo bist du denn gestorben? Sag ich dir nicht. Ach da unten. Also. Ach hier unten. Okay. Ich hab wieder alles. Alles... Alles gut. Nix passiert. Geh weg mit deiner Spitzhacke. Welche Spitzhacke? Das ist... Armbrust. Hey. Dafür lass ich die Tür jetzt zu. So. Ach. Oh. Okay. Okay. Ähm. Ähm. Ein ordentliches Lager wär auch mein Plan oder? Äh. Ja. Wie wär's mit einem Lager das sich selbst sortiert? Du nimmst dir mal so viel vor. Ja. Das ist... Das ist Inhalt dieses Let's Plays. Ich guck erstmal was ich so schönes produzieren kann. Hab ich noch Stone? Hier hab ich noch Stone. Ähm. Das. Ähm. Und... Das... kann man jetzt wie machen? Wo ist denn das Holz? Ist hier Holz drin. So. Ähm. Hm. 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 Weißt du jetzt mittlerweile wie man Stahl machen kann? Stahl? Guck doch mal im Tech-It-Wiki. Stil? Nö. Nö. Da steht nur Block auf Stil, kann man hinkommen. Obsidian. So, 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 so. Wo ist denn der Dingsstein? Hier. Der mit dem Philosophen tanzt. So. Next. Jetzt kann man die Kohle reintun. Jetzt können wir die Kohle auch umwandeln. Okay. Und die Katze geht wieder los. Der Katzenalarm. Oh mein Gott. Ja. Der Katzenalarm. Nicht drauf achten. Nicht ablenken lassen. Ich muss jetzt noch den Copystorm-Generator bauen. Sonst haut nicht irgendwer, glaub ich. Kann das sein, dass man nicht finden kann irgendwie? Hm? Iron. Tin. Tin. Cooper. Iron. Schön. Schön. Hier geht's wieder raus. Oh, ja. Nein. Du warst böse. Hä. Na. Naja, eigentlich gar nicht, aber. Bauen wir hier was hin. Hier ist doch cool. Ähm. Hm. Ich brauche mal eben das Bild. Jetzt versucht sie wieder die Tür zu knacken hier. Haben wir... Was, ja? ... schon Blast. Ferment. Nein, wir brauchen Magma-Cream. 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 Die kriegst du im Nähtag. Jetzt bin ich am überlegen. Hast du ne Handsäge? Hast du eine gemacht? Nein, ich hab keine gemacht. Dann mach ich mal eine jetzt. Gucken, ob das funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Den Nerder mal. Gucken, mach mal. Gucken, mach mal. Ich traue mich nicht zu gehen. Ich bleibe im Portal. Ah. Das war so klar, Alter. Es war so. Es war so. Es war so. Hersebar. Weißt du, wie die Handsäge auf Englisch heißt? Ähm. Ah, ja, ich hab schon. Ja, wo die Idee ist. Oh, es deckt so richtig im Nether. Kommt mal Magma-Cream. Kommt mal ein wenigstens. Weißt du, was du zu mir willst? Mach immer Creme. Hm. Komm her. Ich traue dich ruhig. Okay. Haben wir noch Glas? Glas, 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 Glas. Ja, das sollten wir noch haben. In der rechten Kiste unten. Das ist ja übelts viel. Ein Glas. Super. Nee, da sollte es im anderen sein. Ja, aber Glas-Panel nur. Na, ist ja egal. Ich kann ja hier raus was holen. Kann ich natürlich nicht, weil... Ähm. Er ist out of order hier, würde ich sagen. Und ich glaube, ich gehe mal ein... Ah, ich weiß nicht, ob ich mich traue. Was? Das Magma-Cream. Wieso kann ich denn hier jetzt kein... Komm schon. Äh, warum bleibst du? Wollen wir Creme? So, jetzt. Einmal so. Ah, nein, 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 nein. Hmhm. So, jetzt. Alter. Der kann erstmal hier oben rein. Schnauze an der Tür, wer immer das auch ist. Hey, wir haben Besuch. Besuch? Jetzt nicht mehr. Ich habe dem Besuch mal einen kleinen Willkommensschuss gegeben. Ja. Okay, hier fließt das Wasser runter. Vielleicht setze ich das doch mal ein nach hinten. Was ist das, das, das? Oh, die Pigments lassen wieder einen in Ruhe. In Ruhe, glaube ich. Gott sei Dank. Schätze ich. Die waren lästig letztes Mal. So, hier kommt die Lava dann runter. So, so, so. Oh, scheiße. Ich bin tot. Ne, noch nicht. Doch. Jetzt. Jetzt. Man soll ja nicht immer vorheilig sein, ne? Aber ich wusste ja, dass ich sterbe. Ja, ja, ja. Das ist ja der Unterschied. Das ist ja der Punkt. Doch, die beim Vorhen, die Pigments. Sind die immer noch da? Ja, die greifen einen noch an. Merkwürdig. Aber die weiter weg, die lassen komischerweise einen in Ruhe. Strange. Oh. Ne, warte mal, das war ja falsch. So. Das war auch falsch. Ah. Ich glaube, ich habe einen Plan. Ich glaube, die ganzen Kücher hier haben Aim-Bots. Stimmt. Das sind bestimmt alles Shooter-Kings. Na, nicht meins ernst. Also. Irgendwas stimmt mit den Küchern hier. Nein. Das ist ganz komisch. Ganz komisch. Bestimmt, Phipps. Bestimmt. Die haben voll den Aim-Bot Phipps. Das ist wie mit den Skeletten. Ist das noch nicht aufgefallen? Nein. Also in der neuesten Version auf Minecraft da. Ich habe nur gerade ein Problem. Weißt du, was ein 360 ist? Was? Ja. Ja, siehst du. Dann kapiere ich mit dem 360. 360 plus Minecraft? Lol. Ja. Ja. Machst mir Angst, Phipps. Ein bisschen. Brass Ingot macht man als Copper und Tin. Achso. Und das natürlich immer Läufe nennen es, den ich noch nicht habe. Aha. Ja, ganz bestimmt, du komisches Vieh, Alter. Etwas. Du auch. Ja. So sterbe ich jetzt wieder. Ach, Phipps. Nein. Die will ich nach Hause bringen. Lohn. Die will ich nach Hause bringen. Wichtig. Aufgabe erfüllen. Muss. Aufgabe erfüllen. Jetzt. Moment, ich will wissen, was das hier ist. Geil. Äh. Naja. Keine Ahnung. Wieso kommt da keine Kohle raus? Was? Wie komme ich jetzt durchs Portal? Du kannst mal einmal eben deine ganzen Sachen wegdenken. Dann die Figments von deinem, äh, von dem Portal weglocken und dann sterben. Also es sieht jetzt schlecht aus, ne? Oh, da sind es zum Glück gerade keine. Lauf. 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 Ach, muss man die, muss man die vielleicht trennen? Scheiße. Da hab ich geklappt. Wir sind wieder da. Yay. Okay, okay. Und wir können unser schönes Basteln. Nee, die sind nicht getrennt. Ich verstehe es nicht. Ähm. Oh, das wollte ich ja nicht. Das wollte ich ja auch nicht. Ja, das wollte ich. Nee. Hä? Ich verstehe die Logik gerade nicht. Es gibt keine Logik. Äh, wo hast du diesen komischen Stein da? Diesen Philosophischen Stein? Hhh, ist da hier. Hhh. Danke. Strange. Hä? Hä? Was ist das für denn? Ich weiß nicht. Irgendwie, irgendwie, irgendwie backt hier Kohle rum. Das macht bis öfter. Was sind das denn für Steine? Jetzt kommt wieder das raus. Was sind das denn für Steine? Was denn? Wo denn? Das sind die Vulkansteine. Achso. Ja, dann kann ich da ja auch die hier stellen. Hey, super. Wo ist die hier? Die habe ich mir gerade hart entkämpft. Jetzt brauchen wir nur Warzen. Und die sind auch am... Warzen sind nicht gut. Nein, da. Ähm, da sind sie hier. So. Ich verstehe jetzt gar nicht. Ich verstehe die Logik von Minecraft nicht. Das kommt mir auch so vor. Das ist das manchmal. So. Wir brauchen auch ein größeres Lager, ne? Das ist ja auch klar. Irgendwie dann so später. Ja, so. Ganz später mal. Vielleicht. Ich glaube, ich hole mir jetzt noch die Warte. Da habe ich gerade... Du und deine Warzen, ey. Ja, ich habe gerade nichts anderes zu tun, Alter. Lass mich doch. Lass mich doch. Naja. Naja. Äh, haben wir ja noch einmal? Ja, ne? Haben wir doch eigentlich ein paar gebaut. Sag doch, die haben ein Aimbot. Ich bin jetzt schon wieder tot. Strange. Nein! Das gibt's doch nicht, du scheiß Kackvieh, ey. Oh, da krieg ich so'n Hals. Oh, da krieg ich so'n Hals. Meine Sachen sind weg. Ja, ach ne. Wenn so'n Creeper was mitnimmt, dann alles. Äh, nein. Meine Sachen sind weg, hab ich grad gesagt. Fuck, ey. Na, schöne Scheiße. Wir machen wieder Überlänge. Ja. Das kann man bald nicht mehr Überlänge nennen, das ist einfach dann Standard. Ja, würde ich auch sagen. Naja. Wir dürfen die Ansprüche nicht so hochschrauben. Ähm. Haben wir noch Cobblestones? Bei uns zwar oder so. Das weiß ich nicht. Ganz wein. So fertig. Cobblestones. Äh, kannst du dir hier am EMC-Tisch machen? Warte. So. So. Die Stack sollte reichen. Hm. Hm. Ich mach' grad mal unsere Haus-Wandwieder zu, ne? Ja. Hast du ja auch kaputt gemacht, also. Das war der Herr Creeper-Mann. Du hast ihn ja angelockt. Ja, ja, ja. Mit deinem Duft von Player. Player. Ich kenne mir grad Slayer ein. Kennst du Slayer? Ja, ich kenne Slayer. Ist aus dem Film. Du kennst den Film, oder? Ja, ja. Ja, ja, ja. Bin mir grad nicht. Also Slayer ist aus dem Film. Also das Spielbegriff. Das Spielbegriff. Na, das muss erstmal so. Ja, mhm, 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 mhm. Erläufe und es könnte auch bald mal fertig sein. Hier. So, ich hab unser Portal jetzt mal geschützt. Ja, super. Dass da kein Gas so zwischenbomben kann und wir dann nicht mehr nach Hause kommen. Oh. Jetzt guck ich nochmal schnell nach Hause. Erläufe und es. Kann der hier oben hin? Nee, kann der nicht. Ich glaube das hier wird unsere, unsere Ofenwand. Tja. So. Machen wir das so. Das macht man nochmal, wie, ganz genau? Brass. Was? Aus Copper und Tin. Okay. Ich beeile das nicht im Inventar. Äh, doch, Tin hab ich. Wo ist Copper? Sag jetzt bitte nicht, hier gibt's keine Warzen. Bitte. Was du als mit Warzen willst, ey. Jetzt hab ich auch keine Schwitzhacke mehr. Sag Fips, du bist super organisiert. Fips der Superman. Nein, jetzt hab ich einen Zombie-Pigman angegriffen. Hehe. Oh, ich hab eine Kohle dabei. 1, 2, 3. Klingt aber bis jetzt noch. Zwei Blaze, tausend Pikman. 5, 5. Und wir machen jetzt Tube. Ach so, vier Brass, Ingrid's Akkurt. Ach, naja, oder? Mach da mal ein paar mehr. Das, 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 das. Haha. Ich glaub auf die Items. Ja, das war ja eh nicht, was er mit hat. Pneumatic Tube. So. Das war ja eh nicht. Oder? Ne, die Armbrust hab ich hier. Gut, dann würd ich sagen, machen wir Schluss. Wir machen jetzt hier Schluss. Du machst Schluss? Ja, ich mach Schluss. Also ich hab mir vorgenommen, ein, ein, ein Dings zu bauen und ich bin auch eigentlich fast fertig. Okay. So, die, ich hab die, ich hab die ganzen, wie ein, ähm, ja. Ne, da kommt noch Wasser und Lava halt rein. Und, ähm, dann ist das ein Cobblestone-Generator. Und hier unten in der Kiste, hier, kommt dann der Cobbl an. Okay. Jo. Interessant aus. Dann, Lasmus dabei. Oh, da kommt ja dein Feld. Verdammt. Da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich will das hier nämlich so ein bisschen schön haben, weißt du, weil das hier dann auch eine Fabrikal und so wird und so. Du baust halt gleich hier hin so. Ja, genau. Machen wir so. Okay. Wir verabschieden uns jetzt schweren Herzens. Naja, nicht so ganz, aber hm. Ja. Hau ich einfach mal nochmal den Fips. Bam. Hey. Haha. Nein. Nicht wie bei Hunger Games, ja? Oh Mann. Alles klar, jetzt machen wir echt was hier. So, jetzt hier. Tschüss. 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 Tschüss.